Sie sind hier, 24. September 2018, 12.47 Uhr, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern nach Krawellen zwischen Fans von Persi-Bebandung und Persia Jakarta stirbt ein Fan-Urheberrecht Getty Images in Indonesien stirbt ein Finn nach einer brutalen Attacke rivalisierender Anhänger. Die Polizei nimmt 16 Personen fest. Ein indonesischer Fußballfan ist am Sonntag von Anhängern eines rivalisierenden Clubs mit Eisenstangen und Holzbrittern zu Tode geprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden insgesamt 16 Personen verhaftet. Der Vorfall ereignete sich vor dem Erstliga-Duell zwischen den beiden Erzrivalen Persi-Bebandung und Persia Jakarta. Punkt. Der 23 Jahre alte Fan von Persia Jakarta starb, nachdem er von mehreren Bandung-Anhängern außerhalb des Stadions in Bandung attackiert worden war. Punkt. Der 23 Jahre alte Fan von Persi-Bebandung und Persi-Bebandung und Persi-Bebandung und Persi-Bebandung und Persi-Bebandung.